So, hier sind wir in Halle 20 und das ist jetzt Teil 2 von der IFA. Mal sehen, ob wir hier noch auf ein paar Überraschungen stoßen. Es ist jetzt so gegen 13.30 Uhr. Wir haben Montag. Am 5. ist die ja vorbei. Heute müsste der dritte sein. Hier ist der Roboter. Roboter. Das ist groß. 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 Und hier schon raus. Dumpfen. Und das ist groß. Ja. Ich fühle mich so. Ja, mal sehen wir den Geist. Schauen wir ihn im G Moderator. Das ist groß. Hallo! Erstaunlich hier Leute Wir haben den Fernseher ausgeteilt gebracht Wir legen los mit dem IFA-Quiz und versuchen noch ein bisschen das Echo unterzubekommen Vielleicht ein bisschen das Eifer Hier ist es relativ blau Aber wir fangen schon mal an Natürlich wir machen auch den IFA Jetzt äh Was ist das? Oh Hei Oh 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 Endlich. Das Finale. Da kann es ja totlaufen. Sorry. Gott. Endlich mal. Endlich mal ein Produkt nicht mit in China. So many businesses. Doei, doei. Die Bahnkfelsen. Das war ein, aber für mich. Das war ganz toll, das war ganz wichtig. Die Bahnkfelsen. Das war die Bahnkfelsen. Das war die Strecke. Das war die Strecke. Das war damals über die Strecke. Kühlschränke, halte Kühlschränke. Das ist ja schwach. Eine riesen Halle von Metz, interessant, so sah es früher mal aus, so sah es früher in Wohnzimmern aus, unglaublich. So ein Ding hat immer mein Vater, unglaublich. Metz ist zurück. Metz ist zurück. Metz ist zurück. Was sind das für eine Halle? Indien. Heute ist hier nach 14 Uhr, 14.30 Uhr. An einem Montag, ich frage mich, was die Leute hier machen. Sind die alle arbeitslos oder was? Alles nur Besucher. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Jetzt haben wir eine Marke in den Achtziener, der unterhalb von Tomek. Und dann nach links und jetzt nach links. Das ist alles Korea. Leute, das war echt ein Flop. Jetzt muss ich mir irgendwie was suchen, was noch interessant ist. Ah, die Scheiße, Lubat. Das ist eine Marke, die hier die Heilbestellung hat. Ja, Gott sei Dank, in der Aureo Halle. Ja, Gott sei Dank, wenigstens einer. Danke. Dann viel Spaß noch. Ja, danke. Aber dieses Jahr ist nicht so tolle. Letztes Jahr war besser, glaube ich. Oder vor zwei Jahren. Das war zwei Jahre im Kampf. Ah ja, das geht. Dann kam sie nicht. Die erste noch. Die zweite, die zweite. Die zweite, aber... Die ganze Berne ist immer so was. Ich mag ein bisschen was sagen. Denn sie stand in your lim-d-town, odk on TV achat. Wir waren schon nicht so lotion wartime, dass wir verdoppelt haben zu Paper. Ja. Es war seres Tale welches Vertre und wasouvert verboten, Nein, sie sind nicht eigentlich recht. Es gaborie, weil wir sind immer das Maine, auch das Licht. Ihr halb Already und ist so. Das magest du, das wunderbar sein. Ja Respektуляр. Das macht Arthlade. Aber es war so orbital los. Schlafensfall. Ja, das macht das zuých. bar. Alles klar, danke dir. Bis dann, ciao. Achso, das ist prima Popper stärker, ne? Cool. Ja, und gerade bin ich. Danke, tschüss. Tja, das war bis jetzt der einzige HiFi-Stand. Mal hier durch. Äh, Yamaha. Endlich mal ein Licht, ein Lichtblick. Ein Lichtblick. Ein Lichtblick. Yamaha. Hi. Wir haben die Yamaha Receiver. Die neuen. Neun fetten Yamaha Receiver. Dolby Surround Atmos von Yamaha vom Feinsten. Hallo. Hallo. Hi. Na, endlich mal ein Lichtblick. Yamaha. Hier sind wir. Gott sei Dank. Ich bin der Carlo von My Soundbook. Ich schreibe über HiFi. Ich bin der Jens, hi. Servus. Yamaha. Ja, mach mal. Ja, ich freue mich endlich, dass ich hier eine HiFi-Marke getroffen habe. Gott sei Dank, haben wir eigentlich mal ein HiFi auf der IFA. Seid ihr die Einzigen oder wer außer Nubert, wer ist noch hier? Also hier in der Halle, das ist ja auch die Audio-Halle. Ist auch die Audio-Halle. Ich hatte noch nicht die Chance, jetzt hier rumzukommen. Ja. Nubert, ja. Dann noch ein HiFi-Hersteller, der drüben wäre Expert runtergekommen ist. Ja, Panasonic ist überhaupt nicht vertreten, Technics und so, ne? Habe ich alles noch nicht gesehen. Ja. Ich kam hier von meiner Insel noch nicht runter. Okay, 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 alles klar. Ja, kannst du dir hier was vorspielen, ne? Ja, wir haben hier unsere beiden Netzwerke-Sieber dabei. Einmal der RN2000A. Der wurde im letzten Jahr im Mai auf der Haigen in München schon präsentiert. Zusammen mit dem NS2000, unsere zwei großen Standlaussprecher. Ja, schön aus. Und was wir neu dabei haben, es ist das kleinere Modell, jedoch das neuere Produkt, der RN800, der hier steht, zusammen mit der NS2000. Es handelt sich hier um zwei Netzwerke-Sieber, also klassische Verstärkertechnik plus, ja, Netzwerke-Technik mit drin. Klar. Wir haben hier unser Musicast-Modul mit drin, dass man auch Netzwerk betreiben kann, Multiroom betreiben kann. Es ist ein Internetradio mit an Bord DAB Plus UKW, also alles was man eben kennt, alles was mit dem Receiver dabei sein muss. Besonderheit mit beiden Modellen, unser YPO-Einmess-Measuring, also Einmess-Mikrofon ist mit am Start. Der große Ehren zu 1000 hat hinten HDMI-Einschluss. Was kostet der? Der kostet 3699 Euro, der Lickbay 1099 Euro. Okay, cool. Die Lautsprecher, da sprechen wir von Stück 2.100 Euro, 3.500 Euro. Ja, wunderbar. Wollen wir mal reinhören? Ja, gerne. So, ich verbinde mich mit der Musicast-Modul. Irgendwas Audiophiles. Ja. Wir haben hier den Anbieter Kubus. Kubus, ja, genau. Und darüber streamen wir in einem Minimum 16-Bit, also CD-Qualität. Das ist unsere Referenz. Dann beginnen wir erst mit Instrumenten. Jetzt haben wir jetzt eine Gitarre. sehr schön. Spielen die 2-Weg-Lautsprecher oder die Stand-Lautsprecher? Die 3-Weg-Stand-Lautsprecher. Genau. Lass mal laufen, lass mal laufen. Ja. Ja, ja. Lass mal laufen. Sehr schön. Warst du die Stimme laufen? Ja. Ja? Ja, gerne. Da muss ich noch ein Auto rein gehen. Ja. Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung. BR 2018